Dann geh ich mal links rum Oh, ich hab' beschossen Keine Ahnung, Auto? Ja Oh gut Das hab' ich eben schon mal gesehen, ich war einmal ganz kurz hier drin Da fuhr auch ein helles Auto am Militärlager vorbei Wo ist es hin? Berg hochgefahren Ich seh's nicht mehr Nee, ist weg Hehe Jetzt komm jetzt Jetzt komm jetzt zurück oder was? Ja, ich hab' drauf geballert Auch lang nicht mehr gesehen Eutuken Wo bist du? Achso, ich dachte, du wärst schon weitergerannt Ich bin jetzt wahrscheinlich ein Stück vor dir Der ist auf der Wiese da, ja? Auto Komm zurück Oh, scheiße Oh Gott Oh Gott Wo ist das? Entfernt sich von mir Ja Ist er da links gefahren oder was? Richtung Woodhaven hat sich damals Was? So Schöne alte Woodhaven Schießerei Hehe Hehe, kommst du nicht durch? Nee Auto Oh Gott Das kommt vom Hang Alter Jesus Wo? Hinter uns Auf der Straße In der Straße In der Straße Jetzt, dass er bis jetzt hier rüber kommt Ich wusste, komm am ersten Haus da irgendwann ne, an der Brücke oder so Echt? Fährt wieder weg Nach links Wo wir herkamen Ok Oh Gott Hehe War's das Gleiche? Ich weiß es nicht Ich hab's kaum gesehen Nur einmal ganz kurz Irgendein Haus, alter Lass noch mal gucken, wo Frankie Boy ist Ich muss dem mal dringend was Wichtiges erzählen Ich hab einen dabei, der will sich mit ihm unterhalten Ich muss dem mal, äh, Vers 1 von meiner Bleipredigt abhalten Im Jotten Dort steht einer Was? Ach du bist das? Ich wollte gerade schon losschießen, ey Du schießt also auch auf die Loops, ja? Nein, 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 das siehste falsch Ich konnte im ersten Moment nicht sehen, ob du ne Pumpe oder so am Rücken hast Natürlich 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 Boah, in Woodhaven, ey Hier war doch immer was los Hier war doch immer Rambazamba Jetzt nicht mehr Ist aus mit dem Samba Der Zauber ist vorbei Kein Yoga Bonito mehr hier Hier wird nicht mehr getrickst Blonde Skelett Dr. Bones Mr. Bones Hier ist nix Boah Hast du das gesehen? Was denn? Bist du geflogen oder das? Sag mir, dass du das gesehen hast Was hab ich gesehen? Nein, ich hab's nicht gesehen Hier Was schiebst du hier wieder für Hallos? Hier ist ein Spieler, Mann Oh Oder bist du das? Jetzt bin ich hier im Haus Doch du bist ein Haus weitergelaufen Alter Verwalter, schieß mich halt übern Haufen, ey Sag das doch Sag das doch Ja, das ist scheiße, wenn immer einer vorrennt Boah Oh Gott Boah 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 Alter Wie ist War der hier drin oder was? Da kommt noch einer Aber warum war er hier? Bloat ich blute hier liegt ja nischt ein schwein doch gibt's auf seid ihr und da war ich weiß ist dem mutanten hin warum krieg keine erfahrung dafür da wo wir gerade waren oder nein wo wir hingehen wollen check an der brücke da unten jetzt nur ist er noch im zelt drin sein ich habe nicht weglaufen sehen der cloud und sonst darf recht kommen an ihr es fällt ihm eigentlich ein unter und da sie müssen wir kommen der ist so ein turm drauf bisschen im haus soll schießen ich bin noch nicht weit nämlich daran egal wenn du holen kannst holen darunter gelaufen aber der ist noch am gerüst an der brücke ja naja der ist aber gerade hier irgendwo hat er im auge ich komme nach gewusst wenn er da ist gar nicht runter der muss hier hochkommen ja der konkrete hoch ja der läuft weg der rennt weg nach hinten ja ja ich glaube gerade hier ich bin an der straße links aber ich komme mit das ist der spieler ein zombie jagt hier wieder so ein tier wo ist der spieler der steht auf dem feld steht er und hinterher ja ich bin hinter dir gottes willen schießt er auf dich hat noch 390 energie scheint so hinter mir ich bin ganz am anfang bei den büschen drin ich weiß nicht wo der ist die schlüsse gehört ich bin rechts jetzt von dir da hoch nach der hinter mir ja also wir sind jetzt gerade am zaun dran ich bin recht von dir direkt neben dir hinter dir guck mal dann hier rein ich war rechts rum dann gehe ich mal links rum ich habe geschossen wird getroffen ich sehe links im großen container im grünen das wasser container links im container in diesem metall container da ich kann gerade nichts machen ihr müsst den holen wenn es geht denkt den ab ich gehe einmal außen rum was das für ein container ist einfach nur ein blöder container oder der wohncontainer da okay das aus dem fenster hatte da geguckt könnte man eben so zwei dreimal schießen nur mit der pistole soll das müssen lärm ist muss rebecca schießen ich habe keine pistole hatte mit der taschenlampe kann ich nicht schießen okay warte mal aber ich sehe ja noch nicht ich weiß nicht ob er schon rausgelaufen ist aber wahrscheinlich nicht so soll ich mal schließen reicht 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 oh oh was heißt oh oh zombie ist irgendwo hier bei mir denn hier jetzt hat der natürlich auch gar nichts zum schlagen ne nee ich habe nichts zum schlagen kommst du und hilfst mir oder ja das ist natürlich die geilste idee aber ich komm ja dann läuft er nicht weg nee mach es doch nicht kann ich mal aber ich blute was ist jetzt los jetzt habe ich nur 40 aus das ist natürlich geil er ist noch im container siehst du denn er mich aber nicht ich sitze im gebüsch wo guckt er denn gerade aus dem fenster oder was gerade und fenster geguckt in meiner richtung also richtung nicht da wo wir herkamen sozusagen ich bin jetzt genau als ich stehe am container soll jetzt sagen an der halle steht natürlich die tür oder hat mich erwischt ist rausgegangen jeder stadt nur an der tür der läuft weg der ist hier bei mir zwei stück sind das zwei stück zwei stück zwei stück ich kann nichts machen einer ist tot hier in der mitte ist der andere bei den autowracks der ist in rot gekleidet hier an der autowracks unter beschuss ab und tot schönes ding schönes ding ich wusste wie der dafür sterben ich habe gar nichts zu sterben ach das ist aber deine leise wie der da ist die Vielen Dank.